Das gibt's ja nicht. Guten Abend. Hallo. Ah, ihr Lieben. Guten Abend. Sag mal, dass du da bist, ist aber schön. Ich sag mal, Willi und ich, das ist ... Er stört nicht. Weißt du, das ist ganz ... Da hab ich gesagt, Willi, ich mach heut Abend, ich geh da mal. Ich fahr da hin, ich mach richtig mal a Protestaktion. Ich mach das wie die junge Frau, die irgendwo rinrennen. Weißt du, die, 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 na, Femen. Weißt du, aber ohne. Ich schreibe, Mindestlohn, 4,50 Euro für Investmentbanker. Das mach ich. Weißt du, dann komm ich. Weißt du so. Wenn du von Frankfurt hier rüber fährst, fährst du über die A3. So, da. Und wenn du auf die A3 fährst, ha, und die Autobahn ist frei, dann denkst du, ha, hier stimmt was nicht. Ich hätt gern einen großen Applaus für den Joachim. Komm mal her, mein Schatz. Komm mal her, mein Schatz. Merkt ihr was? Bei uns knisterts. Soll ich euch mal sagen, warum? Das ist Polyester. Willi, sein Name, der steht für Wille. Für Kraft. Für Entschlossenheit. Gell, der Willi, der hat hier letzt eine Entschlossenheit an den Dach gelegt. Da war ich aber ganz schwer ganz. Der Willi, das müsst ihr euch jetzt mal bitte vorstellen. Der Willi hat was zu mir gesagt. Verstehe die Frau gleich. Jetzt muss er ran, der Hartmut. Weißt du? Hat Montag's und Freitag's der Klane. Er sieht sehr schlecht aus. Der Hartmut ist heute Morgen bei uns am Hof vorbei. Ich bin zu spät, ich bin zu spät, mit dem Klane, weißt du? Und mit dem Tragen-Tuch kommt er halt überhaupt nichts zurecht. Er hat es so gewickelt, da hat er sich am Zaun, hat er sich festgezurrt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Es war sehr nett bei euch. Herzlichen Dank. Macht's gut. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.